Mann, 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 der kann doch grad nicht den Feuerball einsetzen, schade, der wäre sehr hilfreich gerade, jetzt aber, na, hier rein, schön in die Mitte, sehr geil, okay, machen wir hier Industrie rein, machen wir da Führerschaft, ist auch ein guter Zeitpunkt dafür, hier sammeln, da sind nur ein paar Runensoldaten, immer schön parallel ausbauen, ja, komm hier, macht ihr die mal, war vielleicht keine so gute Idee, die Waage da drauf zu lassen, macht jedes Mal so, Saruman Feuerball sehr gut, und den Sturm na, machen wir hier in die Mitte erwischt die andere Truppe vielleicht auch noch naja, nicht ganz und, zurück wie sieht's bei euch aus es ist lichter geworden, das ist gut äh, hier mehr Rohstoffe Lass die Waage los der Sieg ist nah hier entlang eine neue Macht erwähnt sich wir greifen an sammeln, da unten hier oben bauen wir zweimal Abro-Schützen und hier können wir den nächsten Angriff wagen der wahrscheinlich auch gleich wieder in einer Niederlage enden wird hm, heben wir uns der Feuerball mal lieber auf, falls noch Truppen kommen das ist nun Sägewerk hier auch da drauf Saruman, schnell sehr gut perfektes Timing und da dein Sturm nee, nee, nee du hast so wenig Leben du bleibst mal beim Bogen hier können wir nichts mehr machen es scheint aber besser zu werden besser zu laufen dieses Mal wir haben die Zerdelle kaputt gemacht sehr gut hoffentlich haben die nicht auch irgendwo einen Vorposten wahrscheinlich hier oben weil hier immer Truppen kommen hm oh, warge sicherheitshalber holen wir uns mal ein paar Rohstoffe hier kriegt Bannerträger jetzt sind hier keine Truppen mehr vom Gegner kann man das Zeug auch auf die Gebäude einsetzen und du kannst auf Schwert wechseln wo bist du eigentlich? da ja, dann Blutbart wahrscheinlich jeder gleich drauf na also hat jetzt doch geklappt was ne Aktion was ne Aktion und wir sind hier Rang 2 das ist äh 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 hab ich glaube ich auch am Anfang vorgelesen oder? Lieblingsarmee Isengard hm konnte man sich dann das nicht noch irgendwie auswählen irgendwo hm naja 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 vielleicht verwechsel ich das gerade auch alles mit der ja Handicaps war ja auch nicht das ist wahrscheinlich alles im zweiten Teil naja dann Furten des Isen das gleiche Spiel nochmal Gesamtspielzeit 0 Stunden naja nicht ganz aber nun gut eine Pforte über den Isen unweit von Isengard alles klar was anderes hätte ich bei den Pforten des Isen auch nicht wirklich erwartet so sieht nach Festung aus hauen wir erstmal wieder hier Zeugs rein und ihr geht nach da unten kommt gleich der dritte Schmelzofen und dann holen wir uns den Palantir damit schauen wir dann was für ein Gegner wir haben und entscheiden dann über den anderen Aufbau Isengard na geil na klasse Isengard gegen Isengard das andere Sägewerk bitte aber das einzige Sägewerk das erste für den Moment kam schon 200 na also ihr geht hierhin genauer das heißt wir brauchen keine Belagerungswerkstatt können dann Orogruben in der Ruskama noch zwei Schmelzöfen bauen aber erst hier das andere Sägewerk bei Waren nein hier runter die greifen wir nicht mit einer Horde Orogrs auf Rang 1 an mit Sicherheit nicht hoffentlich ist hier kein Gedöns sieht nicht so aus gut so und hier runter aber da sind Waage alles klar da ist auch irgendwas dann geht ihr mal zurück zum Lager hier oben ist auch irgendwas und da auch irgendwas ja dann zurück zum Lager Schmelzofen und das nächste ist dann eine Urgrube die kostet 270 das haben wir ja schnell eingenommen da haben wir es auch schon und der kostet 315 genau 400 Armbruch schützen dann gehen wir hier die Waage angreifen die können wir schon mal hier hinstellen ich glaube das ist 30 und das ist 25 4 ja so das dauert jetzt ein kleines bisschen wahrscheinlich hat der Gegner hier schon wieder 50.000 Balrogs ja ist ja gut jetzt vorsichtshalber schon mal hier Türme hinbauen gell hier schon Rüstkammer und so das geht doch nicht würde ich lieber mit dem Lager und 6000 starten als mit einer Festung und 1000 Rohstoffen hier kommt noch eine Urgrube hin hier lang ja 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 das ist mehr Angriff genau ja greift die Waage an bitte schon mal rundum verteidigen hier greift doch an nicht weglaufen na hau den Waag weg so und auseinander was wir sind was hm ok ok der Platz ist für eine Rüstkammer reserviert der ist nur da unten ok das ist gut ihr seid noch in der Keilformation ist nur Geschwindigkeit aber Rüstung brauchen sie ja gerade eh nicht jetzt laufen sie wieder nach da oben hier sind andere das war ja gerade Urux jetzt ins Armbust schützen aber mit schwerer Rüstung nein hol mal schnell da da ei 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 und wer ist das oh was machen die da Truppen bauen ah und da kommt noch mehr wir sind wieder in Gefechtsformation alles klar verteidigt einfach verteidigt einfach keine Gefangenen na na jetzt hauen die da das lang ach man ey scheiß Isengard als Gegner ist ja gut jetzt Kriegsgesang nein lasst den Wark in Ruhe ihr geht auf den Wark kurz na ok halt ihr baut da das Lagerweger hin und wir hauen da die Rüstkammer rein na vielleicht erst das Sägewerk dann haben wir da gleich den Bonus müssen wir nicht so viel bezahlen ja Rüstkammer na Sägewerk dauert noch ein kleines bisschen machen wir erst nochmal hier in die Schleife was jetzt ist es fertig und es kostet nur noch 960 ist ja auch schön da ist ein 200 so haut die doch einfach weg weiter ausbilden wir brauchen alle Truppen die wir kriegen können und Saruman am besten auch noch und ein Bayrock und vielleicht noch ein Bayrock das wäre ganz nett ich habe was auf die Schule geflogen so Industriegebiet auf 3 ja 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 runter Blockformation okay sie hauen ab sie hauen ab sie hauen ab im Lager sammeln und sie greifen wieder an so wie es aussieht und wieder angreifen yay Blockformation ihr könnt noch nicht in die Blockformation aber wir können hier mal schwere Rüstung erforschen und ihr könnt runterkommen hier geht in die Blockformation und hier geht in die Blockformation und hier geht in die Blockformation Armbrust schützen und noch mehr Armbrust schützen wie viel kostet das denn schwere Rüstung 560 Rang 2 Rang 2 und wir haben sie zurückgeschossen zurückgedrängt zurückgedingst lösen wir die ganzen Formationen erstmal wieder auf dann werden wir mal upgraden erstmal auf Verteidigung sammelt euch mal im Lager oder hier Formlage es geht auch äh ja Truppen und so naja schwierig Waage ja ja ist ja gut jetzt sind hier jetzt noch Gegner erstmal nicht gut hm sollen wir den Angriff oh erstmal sollten wir uns verteidigen ah ja und ihr geht man wieder in die normale Formation okay hier runter Patentier ist toll Bannerträger macht eure Waffen bereit macht euch kampfbereit und wieder hier in Blockformation ich will die nicht verlieren was können wir denn jetzt holen verflucht das Land ja Angriff nein 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 bleibt mal hier im verfluchten Land da kommt bleibt einfach mal in der normalen Formation das wird schon irgendwie passen Angriff okay okay Leute aber auf jeden Fall besser als im Fangornwald naja jetzt haben die hier Lanzenträger ja okay wir haben eh keine Reiter oh die kommen von oben haben die sich da wahrscheinlich in Vorposten geholt Industriegebiet können wir gleich wieder einsetzen genau verteidigt das Lager Jungs ihr kriegt schwere Rüstungen zieht euch mal zurück hier kriegt ihr einen Bannerträger okay ihr seid in Sicherheit erstmal geht aber trotzdem mal ins Lager kriege ich glaube ich einen Bonus davon ich war eine Zitadelle oder so dann können wir als nächstes mal Luzi bauen damit der auch schon mal leveln kann hier Rang 1 Rang 5 ja steht da drin alles klar ich krieg langsam Hunger und jetzt hier immer noch Zeugs und Luzi die ist auch schon auf Rang 3 ja hmm haut mal da das Segelwerk weg können wir eigentlich ein eigenes hinsetzen müssten wir eigentlich hier die Waage oder was auch immer da waren kaputt gehauen haben genau ihr kriegt gleich mal Bannerträger und die anderen auch hörst du mal mhm ob die da jetzt einen Vorposten haben oder nicht wissen wir nicht müsste man mal nachschauen 160 nein okay dann holen wir uns da einen Vorposten ja schicken einfach mal alle hin oh na vielleicht lieber nicht vielleicht lieber doch nicht die Verteidigung des Lagers ist wichtiger wir fallen drei Kursanten sie sind da drüben können wir auch einagen gut ja das ist wie wir deswegen ja wir Vielen Dank.